Hallo zusammen, in diesem Video mag ich euch die Quest Talistras Heimstatt zeigen anzunehmen bei Erster Arcanist in Talistra in Suranab. Bevor ich euch aber zeige jetzt wo ich bin und so, möchte ich noch ein Item empfehlen für diese Quest. Kann man natürlich auch für andere Quest nehmen, aber für diese finde ich es besonders hilfreich, weil man da den ganzen Weg nicht zurücklaufen muss. Das ist die Pfeife des Hundemeisters. Wenn ihr es benutzt, kommt ein Greifen holt euch ab und bringt euch zum nächsten Greifenmeister. Dieses Item bekommt ihr, wenn ihr die Quest Verweinigung der Inseln abgeschlossen habt, findet ihr auch auf meinem Youtube Channel, also die Quest. Soviel voll weg. Ich nehme die Quest jetzt an und wie ihr seht, befinde ich mich hier wie in einem Keller. An dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten. Ich zeige euch den üblichen Eingang, den man einfach hineinlaufen kann. Das ist ein Hölleneingang, weil der Keller hat nach einer Zeit sehr viele Eingänge durch Portale, die man frei questen kann. Und hier zeige ich euch nochmal so den Eingang und die Karte mit den Koordinaten. Bei dieser Quest muss ich in dieses Gebiet hier mich begeben. Fliege zu das Purpur-Dekicht. Werde in den Anmerkungen auch ein Link verlinken zu der Quest Vereinigung der Inseln. Da gibt es nicht viel zu sehen, aber vielleicht hilft es ja euch zu erinnern oder so. So, hier laufe ich dieses Tal hier hinunter. Ich finde, das ist jetzt der kürzeste Weg. Dann laufe ich hier diesen Hang hoch. Hier in diesem Gebiet ignoriere ich die Mobs. Werde sie bloß bekämpfen, wenn sie mich benommen machen. Da haben sie es schon geschafft. Das war jetzt knapp. So, gleich bin ich schon in dem Gebiet, wo ich die Quest erledigen darf. Und hier steht es. Das Anwesen der ersten Arcanistin hat man hier gesehen. Darf ich diese Mobsiv töten? Hierbei muss ich zwei Items sammeln. Das sind Verstärkerbruchstück. Beziehungsweise. Ich glaube, die heißen ein bisschen anders. Doch, heißen sie. Passt. Habe ich euch nicht angelogen. Wie man sieht, haben die Mobs ein bisschen Leben. Also, mehr als üblich. Pech. Na, jetzt habe ich ein bisschen Pech. 2 auf einmal. 2 auf einmal. 2 auf einmal. 1. Jetzt fehlt mir noch 1. Könnt ihr nicht mal jemand anderes nerven? 2 auf einmal. So, jetzt habe ich drei Stück. Dann benutze ich dieses Item hier, das mir bei der Quest mitgegeben wurde. Linke Maustaste. Dann habe ich es. Dann benutze ich das vorher erwähnte Item, Pfeife des Hundemeisters. Weil ich keine Lust habe, zurückzulaufen. Und hier bin ich schon beim Flugpunkt vom Purpur-Dickicht. Dann fliege ich einfach nach Meredil, das die Quest abzugeben. Ich hoffe, ich konnte euch bisher helfen. Ich zeige nur noch, wo ich hineinlaufe zum Quest abgeben. Das ist der Keller, den ich vorhin gezeigt habe, aber ich zeige es nochmal am Video-Ende. So, demnächst sollte ich ankommen. Und hier sieht man auch noch der Keller-Eingang. Das ist an sich so wie ein Höhleneingang. Nochmal die Map. Und hier die Koordinaten. Laufe hinein. Und dann darf ich die Quest bei Erste Arcanistin Taliswa abgeben. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao.